Guten Morgen, ich habe gehört, ich fange mit den ganz einfachen Themen an. Ich denke, das passt auch ganz gut. Ich habe auch noch mal so ein bisschen in den ganzen Zeitplan reingeguckt. Wir werden so einige Themen anschneiden, beziehungsweise schon auf die Themen so einleiten, die wir dann am Tag noch mal so ein bisschen mit besprechen werden. Genau, worum soll es gehen? Kann eine Webseite von WordPress innerhalb von fünf Minuten erstellt werden? Ich habe die Frage extra so rumgestellt, weil manchmal steht sie auch andersrum da. Aber da kommen wir dann so Step by Step drauf. Kurz noch zu mir. So wie hier das WordPress-Meetup in Leipzig gibt, gibt es natürlich auch eins in jeder. Dafür bin ich der Organisator seit 2019. Mit WordPress mache ich irgendwie seit 2006 so ein bisschen mehr. Und für Kunden mache ich das Ganze seit 2014. Genau. Wenn mir es darum geht, eine Webseite online zu stellen, muss es ja nicht immer mit WordPress sein. Wir machen das hier schon mit dem Fokus auf WordPress. Aber ich habe es mal probiert, wirklich mal so ranzukommen, zu sagen, was braucht eine Webseite an sich wirklich? Und was gibt es da für Bubblen oder für einzelne Themen, die man so berücksichtigen muss? Wir steigen mal mit dem einfachsten Thema ein. Das, was vielleicht jetzt auch nicht mehr so aktuell ist, aber so, wo WordPress eigentlich herkommt. Und wo ich WordPress kennengelernt habe, beziehungsweise auch dieses Ganze dahinter, wie funktioniert WordPress, was kann man damit machen? Und an sich geht es ja an sich erstmal darum, wirklich so ein bisschen Design reinzubringen und Content. Und das war früher so, okay, ich möchte irgendwas ins Internet stellen, also ich brauche ein paar Inhalte und vielleicht noch mit einem schönen Design. Das war sozusagen das ganz Kleinste, was man früher mit WordPress sehr gut machen kann, heute immer noch. Und natürlich jetzt kommt also diese ganze DSGVO-Datenschutzgeschichte dazu, die dann immer noch zusätzlich obendrauf kommt. Das ist aber wirklich so, wahrscheinlich die wenigsten heute werden Webseiten nur noch so aussetzen, dass es nur rein um den Content geht und aus Spaß an der Freude, um einfach mal ein bisschen was zu machen. Weil die meisten denken dann wirklich schon, okay, wie kann ich meine Produkte oder Dienstleistungen verkaufen? Und da kommen wir dann schon zu den KMUs und Selbstständigen. Bei denen ist es ja meistens so, also gerade wenn ich so meinen Kundenstamm angucke, ist es meistens so, okay, wir brauchen eine Webseite, weil wir eine Webseite brauchen. So wirklich verstanden, warum, wieso, weshalb, vielleicht noch nicht. Aber der erste Schritt erstmal, wir brauchen eine Webseite, aber sie soll erstmal so günstig wie möglich sein. Da kommt dann schon, okay, wir wollen vielleicht ein bisschen mehr Design haben. Also muss man da auch so ein bisschen drüber nachdenken, wie setzt man das Ganze um. Der Content-Bereich wird auch ein bisschen größer, weil man sagt, okay, man muss irgendwelche Dinge erklären, ob es Produkte, Dienstleistungen sind. Das muss auch noch kommen. Dann geht es natürlich weiter, okay, gerade Firmen, Datenschutz, da kommen dann auch noch ein Kontaktformular und so, die Dinge dazu. Die müssen ein bisschen besser abgesichert werden. Es werden noch externe Dienste eingebunden, wie Analytics oder so. Und dann kommen natürlich noch Cookie-Banner dazu. Das ist dann sozusagen der erste Schritt, wo ich schon sage, okay, für meine Webseiten, wenn ich in diesem Bereich bin, probiere ich eigentlich meistens so umzustellen, dass ich den Cookie-Banner so lange wie möglich weglassen kann. Also, dass ich die externen Dienste und den Cookie-Banner erstmal rauslassen kann. Weil alles, was Pop-Up ist, mag ich nicht so wirklich. So erkläre ich es auch meinen Kunden. Die meisten Besucher sind auch so, es ist einfach überdrüssig geworden, so viele Pop-Ups, die kommen. Und so lange, wie man sie unterbinden kann, kann man sie auch weglassen. Dann kommt meistens noch so die Frage, wie sieht es denn aus mit SEO? Aber dann ist auch immer so, SEO habe ich auch schon gehört, muss man machen. Aber das Verständnis ist noch nicht dafür da, dass man dafür eigentlich auch jeden Monat Geld ausgeben muss. Dementsprechend steht hier auch SEO-Basisoptimierung. Also wir probieren mal bei Wordpress die Kategorien so ein bisschen rauszunehmen, die Tags wirklich rauszunehmen. Und so ein paar Dinge wie Autorenseiten oder sowas erstmal zu deaktivieren, weil sowas nicht indexiert werden muss. Und man guckt wirklich mal drauf, was muss denn überhaupt indexiert werden. Aber da ist noch nichts mit irgendwie Metadatenbeschreibung oder wir gucken uns wirklich den Text an. Das ist wirklich sehr, sehr low. Und so ein bisschen vielleicht in Richtung Informationsarchitektur. Also wie baue ich diese Seite auf? Wie möchte ich, dass mein Besucher auf diese Seite draufkommt? Und wie kann denn die einzelnen Unterthemen so ein bisschen tiefer reinstoßen? Und was ich glaube ich schon angeschnitten habe ganz kurz, das waren die Formularen. Das ist ja auch sowas, da ist es meistens noch so ein ganz kleines Formular, einfach nur ein Kontaktformular. Aber ich glaube die ein oder anderen wissen ja auch, Formulare kann man noch sehr, sehr weit ausdehnen. Genau. Dann gibt es auch schon langsam so die Leute, die wirklich sagen, okay, ich verstehe die Webseite nicht nur als Webseite, sondern wirklich als Online-Marketing-Tool, mit dem ich richtig arbeiten kann. Und da wird es natürlich schon wesentlich interessanter, das wirklich mit WordPress umzusetzen und wie man das dann wirklich machen kann. Wir gehen dann natürlich schon in die Geschichte Design mit CI- und CD-Vorgaben. Also wir haben wirklich ein Pamphlet, wo die Schriften und die Farben komplett vorgegeben sind, an die man sich auch halten muss. Und das baut man dann so Step-by-Step auf. Der ganze Content-Bereich wird größer. Die Content-Planung wird auch vielleicht mal endlich angegangen. Also man sagt wirklich, okay, wir haben einen Content-Plan. Wann wird was veröffentlicht? Wie wird was veröffentlicht? Welche Formate gibt es? Und, und, und. Da ist es ja nicht nur immer Text, sondern man kann ja noch einen Podcast dazu machen oder B2O oder, oder, oder. Natürlich, da ist es dann meistens so, dass man das nicht mehr wirklich wegtun kann, weil man wirklich externe Dienste hat, die eingebunden werden müssen. Die Informationsarchitektur wird auf jeden Fall nochmal ein bisschen besser angepasst und auf die Besucher, beziehungsweise auf die Probleme der Besucher angepasst. Man macht dann auch wirklich eine kontinuierliche Suchmaschinen-Optimierung. Da hat man dann wirklich so einzelne Leute, die dann vielleicht direkt dafür abgestellt sind oder Agenturen. Kann man es lesen? Wahrscheinlich schwierig. Werbung und Tracking wird so ein bisschen draufgesetzt. Also Werbung nicht nur auf die Seite direkt, sondern vielleicht auch von außen, dass man so Werbung, also Ads schaltet. Da möchte man natürlich das Ganze auch ein bisschen tracken. Das muss alles eingebunden werden. Dann geht es so weiter, okay, für Werbung muss ich meistens Geld ausgeben und wenn meine Seite extrem langsam ist, wird das auch immer teuer, dass ich mit den vergleichbaren Leuten da irgendwie selbst ausgespielt werde. Dementsprechend muss man dann irgendwann mal Richtung Performance-Optimierung auch gucken. Dann geht es Richtung Formulare. Die werden dann richtig aufgebohrt in irgendwelche Funnels und dass die Conversion-Rate steigt, dass man die Leute wirklich so in die Webseite so ein bisschen reinzieht, sie an die Hand nimmt und sagt, okay, so und so kannst du unsere Produkte, unsere Dienstleistungen erfahren und dann irgendwann zum Kauf abschließen. So ein kleines Thema immer mal wieder, A-B-Tests, auch das ist alles möglich. Dann geht es natürlich gleich weiter, wenn man noch eine ganz große Baustelle aufmachen möchte Richtung Online-Shops, wo dann auch gleich wieder gefragt wird, okay, wie kriegt man das recht schnell in die Suchmaschine rein, sodass auch die Suchmaschine alles erkennt. All das ist dann sozusagen schon ein Konstrukt und wenn ich dann mit strukturierten Daten anfange, fasse ich natürlich den Rest auch alles nochmal so ein bisschen mit an, gucke, wie der Content ausgespielt wird oder die verschiedenen Content-Arten. Dann bei Online-Shops sind gerade die Produkte immer sehr interessant und wenn man dann noch ein bisschen mehr Zeit hat und Lust hat, macht man natürlich noch Mehrsprachigkeit obendrauf. Und so wird dieses Konstrukt Webseite immer, immer größer und an sich kann man alle Bubbles, die wir hier sehen, einzelne Talks halten und man sieht, wie umfänglich eigentlich immer so eine Webseite sein kann. Was in den nächsten Jahren immer noch mehr kommen wird, ist einfach Barrierefreiheit oder wie ich es eigentlich lieber nenne, einfach barrierearm, weil barrierefrei wäre man nie wirklich werden, aber dass Webseiten wirklich barrierearm sind, das wird sozusagen noch in den nächsten Jahren ein sehr, sehr großes Thema werden, auch ein sehr interessantes Thema, weil es an sich in all das sehr gut mit einzieht. Mir war es so aus der grafischen Sicht ein bisschen schwierig, das irgendwie unterzubringen. Eigentlich wäre die Barrierefreiheit komplett dahinter und einmal komplett groß, weil alles, was wir irgendwie hier mit den Bubbles anschneiden, geht auch auf Barrierefreiheit mit zurück und dementsprechend ist das wirklich ein sehr, sehr großes zukünftiges Thema. Genau. Kommen wir nochmal zu der Frage zurück. Kann eine Webseite an sich in 5 Minuten erstellt werden? So wie die meisten das wahrscheinlich auch im Internet lesen, ja, WordPress an sich kann innerhalb von 5 Minuten oder meistens sogar geringer, weil die meisten Hostels eine One-Click-Installation haben, da sitze ich eigentlich nicht mal mehr 2 Minuten dran und dann ist WordPress an sich installiert. Aber das ist halt noch keine Webseite an sich, nur WordPress. WordPress ist das Grundsystem, auf dem ich meine Webseite aufbauen kann. All das, was ich jetzt hier so ein bisschen erzählt habe, waren nur verschiedene Module oder Teilbereiche einer Webseite, die man so Stück für Stück aufbauen kann. Das war aber an sich größtenteils, was wir jetzt besprochen haben, erstmal nur das ganze Technische. Da hatten wir noch nichts mit Zielgruppen, Personas, Problemlösungen oder so besprochen. Also das kommt auch nochmal obendrauf. Wie setze ich das Ganze um? Wie sollte mein Design für die Zielgruppe Design sein? Passt mein CI, CD überhaupt in die Richtung? Personas, gerade Suchmaschinenoptimierung, also wie sind diese Personen irgendwie ausgerichtet? Möchten die gerne per Du oder per Sie angesprochen werden? Problemlösung geht dann wirklich so Richtung Informationsarchitektur. Wie baue ich das Ganze auf, dass ich die Leute wirklich an die Hand nehmen kann? Und und und. Also ja, man kann WordPress recht schnell installieren, aber damit es eine richtige Webseite wird, braucht es halt viel mehr Input und viel mehr Zeit. Das Schöne ist, WordPress gibt uns das eigentlich alles schön an die Hand. WordPress ist erweiterbar und die Grenzen an sich für die Webseite macht jeder für sich selber. Und das ist eigentlich das sehr Angenehme an dem, was uns WordPress da zur Verfügung stellt. Ich war wahrscheinlich viel zu schnell durch. Aber denke so als Einleitung vielleicht gar nicht so schlecht. Fragen. Also ich wiederhole es nochmal. Die Frage war gerade, was bedeutet AB-Test? AB-Test bedeutet, dass du... Du kannst gerne gleich da stehen. An sich bedeutet AB-Test, dass du an verschiedene Besucher verschiedene Dinge ausspielst. Wenn du zum Beispiel jetzt verschiedene Button-Designs einfach mal testen möchtest. Da hast du eine Gruppe A, die sozusagen den alten Button vielleicht bekommt. Und Gruppe B bekommt einen neuen Button. Und dann kannst du einfach in den Analytics oder sonst wo gucken, wo hast du mehr Conversion? Also wo haben die Leute mehr drauf geklickt? Welcher Button spricht mehr an? Oder welcher Text spricht mehr an? Welches Bild spricht mehr an? Und so kannst du Schritt für Schritt sozusagen deine Webseite optimieren. Boah. Boah. Als irgendein Button nie eingeklickt wurde? Ja, das habe ich ja jetzt schon gesagt, gell? Ich wiederhole es nochmal. Also wie kann man dann sozusagen zählen? Das machen dann auch sozusagen die Erweiterungen, die du eingebunden hast innerhalb von WordPress oder jedem anderen System auch. Und dann hast du irgendeinen Tracking-Parameter hinterlegt, der sagt, okay, auf der Seite wurde das ausgespielt, auf der Seite wurde das ausgespielt. Und damit kannst du dann tracken, alles klar, dieser Button, also Button A oder Button B wurde geklickt. Okay. Danke. Weitere Fragen? Da ist noch eine hinter dir. Warum mit Mikro? Du hast gesagt, dass Barrierefreiheit immer wichtiger wird in nächster Zeit. Also für große Shops oder große Firmen, kann ich mir das auch vorstellen. Aber wird das für, also woher kommt diese Erwartung? Also es ist ja schön, wenn das so ist, aber ist das auch mit Interesse der Kunden und wollen die dafür dann auch Geld bezahlen? Also das Schönste, was ich mal gehört habe, ist wirklich, der Blindeste im Internet ist einfach die Suchmaschine. Und wenn du es sozusagen da schon mal barrierefrei machst, hast du da auch schon mal sehr viel getan. Aber wir haben auch, glaube, nächstes Jahr oder so, ich weiß es jetzt nicht mehr ganz kurz, Juni 2025 gibt es eine EU-Regelung, dann Gesetze gegossen, dass man barrierefrei sein muss. Ja, es gibt Untergrenzen, wo das noch nicht sein muss, aber es geht wirklich auf die meisten, was Firma ist. Die müssen sozusagen Richtung Barrierefreiheit auf jeden Fall gehen. Das wird wahrscheinlich genauso laufen wie mit der DSGVO. Oh mein Gott, nächstes Jahr ist es soweit. Die Agenturen dürfen sich wieder die Hände reiben und sagen, yes, jetzt können wir mal wieder Reiber machen. Aber ja, wenn man jetzt schon barrierefrei denkt oder barrierearm, bist du auf jeden Fall schon mal auch in der Suchmaschinenoptimierung wesentlich besser. Also meistens ist das schon der Weg, den man jetzt gehen sollte. Das ist nichts. Dieses Thema wird auch immer, ja, sehr mystifiziert, sage ich mal. Aber wenn man da so Step by Step mal rangeht und mal guckt, wie funktioniert das Ganze oder sich auch mal Leute so rein ins Team holt oder jemanden, der sich damit wirklich auskennt, kann man da recht schnell mit kleinen Dingen schon große Dinge erreichen. Weitere Fragen? Ja. Tindertitz? Noch eine Frage zu Cookies. Also du hast gesagt, dass man am Anfang erstmal den Cookie-Banner weglassen kann. Ich höre mich doppelt hier. Es ist gut. Wie, also wenn ich jetzt in Firefox zum Beispiel meine Seite aufrufe, eine frische Seite, also eine frische Installation, da habe ich schon mal zwei Cookies, zwei Banner, zwei Cookies drinne und das ist halt, dass der User angemeldet ist. Zählt das schon? Das ist ja gerade die Frage meistens, wenn die Technik notwendig sind und die meisten Nutzer von dir melden sich ja nicht an wahrscheinlich, oder? Nee, nee. Dementsprechend ist das eine Cookie sozusagen nur für dich und der Rest ist technisch. Und wenn es technisch notwendig ist, dann brauchst du keinen Cookie-Banner. Cookie-Banner brauchst du meistens oder sagen wir, Cookie-Banner, ich habe es als Cookie-Banner bezeichnet, weil das so die landläufige Bezeichnung ist. Eigentlich ist es ein Content-Banner. Also jemand gibt die Einwilligung, dass du Dinge weiter erheben kannst oder dass Dinge auf seinem Rechner gespeichert werden können. Bedeutet, wenn du zum Beispiel YouTube-Videos oder so hast, dass die IP-Adresse an die Server von YouTube weitergegeben werden können. Das solltest du auch vorher abfragen und nicht einfach durchleiten. Bei den meisten ist es so, dass es einfach weiter durchgeleitet wird, aber da gibt es auch schöne Möglichkeiten, dass ohne dass du einen Content-Banner hast, wenn WordPress erstmal die Abfrage kommt, möchtest du dieses Video überhaupt laden? Und dementsprechend kannst du eigentlich recht lang erstmal ohne diesen ganzen Content-Banner fahren. Aber man muss halt so ein gewisses Grundverständnis haben, was ist technisch notwendig oder wo kannst du argumentieren, dass es technisch notwendig ist. Auch das ist immer so eine gewisse Grauzone, sage ich mal. Aber man kann eigentlich sehr, sehr lang ohne einen Cookie-Banner fahren. Wenn du dann in Richtung Online-Marketing gehst, ist es meistens so, dass du nicht mehr drumherum kommst, weil du irgendwelche Tools benutzt, die die Daten weitergeben, um sie besser auswerten zu können. Ja, zum Beispiel da, wie heißt das da, Warenkorb oder sowas. Also da muss ja gespeichert werden. Ne, auch da bist du ja sozusagen da auf deiner Seite. Ja. Und dementsprechend ist es ja technisch notwendig. Da würde ich noch sagen, brauche ich noch keinen Content-Banner. Aber wie gesagt, keine Rechtsberatung hier, bin jetzt auch nicht der Anwalt dafür. Für mich persönlich ist es, der Warenkorb braucht einen Cookie und dementsprechend ist es technisch notwendig. Die Daten liegen aber noch auf meinem persönlichen Server. Ich bin dafür zuständig. Dementsprechend nein. Okay. Wollen wir doch mal später drüber sprechen. Sehr gerne. Alles klar. Ja, wie man sieht, diese ganzen Themen, die wir mal ganz angesprochen haben, das ist wirklich riesengroß, was noch dahinter steckt. Die einzelnen Größen der Bubbles hatten jetzt auch nicht wirklich was damit zu tun, wie das Ranking da ist. Für den einen oder anderen sieht es dann vielleicht nochmal ein bisschen anders aus. Ich wollte eigentlich nur mal aufzeigen, wenn man von der Webseite spricht, ist es nicht immer dieselbe. Man kann auch nicht sagen, alles klar, die Webseite kostet so viel, weil jeder irgendwie andere Ansprüche hat. Man muss wirklich so erstmal ins Gespräch kommen damit und fragen, was ist denn überhaupt gewollt und wo wollen wir hin? Was ist vielleicht auch in Zukunft geplant? Dass man die ganze Struktur der Webseite schon so ein bisschen ausrichtet in die Zukunft. Ich glaube, jetzt haben wir es. Ja. 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 Vielen Dank.